Ich heiße ja immer so drei harte Winter und drei milde Winter und erst hat man eigentlich gehört, weil auch so viele Eicheln liegen, als hätte, also es würde ein harter Winter werden, aber das weiß ich nicht, also im Moment lässt sich überhaupt nicht so an. Schauen wir mal. Ja, ich fahre hier ein Motorola-Gerät, 4601, habe hier ein Standmikrofon, das ich gerade bespreche, das hier in so eine Microset-Konsole reingesetzt mit einem Netzteil drin und einem Lautsprecher, das ist so meine Heimstation hier. Und die Antenne ist so eine Viertelquart von Anjo, die in Richtung Nordhelle steht, ich funke also hier über die Nordhelle, die so 600 Meter hoch, so ich sehe, wie man gut von hier aus, vom Land her ganz gut erreichen kann. Ja, du hast eine schöne Situation, es funktioniert gut, dein Gerät von Vertex-Standard, kann man nicht meckern, Thorsten. Beheuerung, Beheuerung, Geo 8G-T, der Fall hier nicht ist. So, so geht ja, das bin... ...deweinen sehr doll, je nicht... ...deweinen 전-Gerät, auf einen guten Land spazieren, dann kriege ich da gar nichts, und das ist in mir... Hi, buddy, scre case you to make the contact. Yeah, I'm just in my radio shack and I heard you there, and I was looking to several radios and a chance, I had to take them all down. My location is Brisbane, Nagda, and I'm in Queensland, Australia, back to you, sir. Schöne Adventszeit und auf ein weibiges Wiederhören. Und mit den Hundchen, ja, wir haben nur noch einen im Moment. Der andere ist leider verstorben. Unser Idefix, der oben links im Bild ist, der Weiße. So, is there no uniform, uniform, shall we return in? Yes, my mobile has just run. My wife is telling me she's just gone to her brother's, so, and I can almost go to her brother's, yeah. Yeah, no, Willis, I didn't quite catch your name there, Ted, on your, over there. Can you bring back your name there, please? Hunde aber gute Jachthunde, hei hei. Und sie schlagen natürlich schon noch an. Wir sind hier mitten auf dem Land, wie du vielleicht sehen kannst, und da haben Hunde ganz gut gebraucht. In diesem Sinne, Thorsten, war ein nettes Gugestru. Vielen Dank und bis bald mal wieder. Ja, die macht GT, die habe ich natürlich vor mich recht verabschiedet. Habt ihr zu sagen, ne? Und ja, er nimmt das oft manchmal sehr genau, ne? Gerade mit Pärbeln oder mit Schafe, da geht er ganz schön los, ne? Ich habe nur ein Bild hier. Ich weiß nicht, ob es noch eine andere Seite da gibt. Ich habe da jetzt das Bild, also im Hintergrund dieser blaue Triefer. Das ist glaube ich in K2 oder K3 oder so was wahrscheinlich. Und du hast... Ja, der blaue Triefer ist ein Helferbrink.